Ich weiß, dass ich sie noch nie gefahren habe. Ich vergesse kein Gesicht. Also, wer hat mich empfohlen, Miss Easton? Louis McBride. Und wo steckt, Lou? An dem Tag, als du und Tony Penang verlassen habt, kam ein Mann zu Louis, der ein Fahrrad suchte, das ihr gemietet hattet. Er hatte die Polizei dabei. Wieso haben wir überhaupt so viel Hasch gekauft? Und die fand zwar kein Fahrrad, aber nach einigem Suchen 104 Gramm Haschisch. Ich will jetzt mal Klartext reden. In Malaysia kriegen Dealer die Todesstrafe. Also, du willst damit andeuten, dass in acht Tagen... Louis McBride am Galgen hängt. Wenn Louis da unten nicht als Dealer verurteilt werden soll, müssen du und Tony nach Penang zurückfliegen und einen Teil der Verantwortung übernehmen. Ich bin MJ Major. Ich schreibe für die New York Examiner. Ich hab ihn einfach nicht. Ihre Geschichte könnte Louis das Leben kosten. Louis, was sagt er? Ihr beide meinten letzte Chance sein. Was willst du hier? Ich will ja nicht laufen. Diese Frau würde einfach alles tun, wenn du dann tust, was sie von dir will. Ich bin hier, Louis. Du bist nicht allein. Ich bin hier, Louis. Untertitelung des ZDF, 2020